Wir kommen jetzt zu der mittlerweile schon beliebten Ecke BPA, das heißt nicht Bundespersonalausweis, sondern Backpackt aus. Und was packt er diesmal aus? Da sehe ich meinen jungen Assistenten, der mit einem Paket kommt. Sven, hast du schon mal reingeguckt? Ja. Und was ist drin? CDs. CDs sind drin, aha. Ja, dann weiß ich auch Bescheid. Machen wir das mal auf. Da kommt jetzt nichts Modernes bei raus, sondern im Gegenteil, das sind alte Klamotten. Die hat mir eben ein Kumpel geschickt, was er noch zu Hause hat. Und das ist ein Original Windows 2000 Betriebssystem. So, und dazu gehört dann auch noch SP4, also das Service Pack 4 dazu. Eine Win 98 Vollversion und da kommt noch was dazu. Eine Windows 3.11 für Workgroups. Ja, das waren noch Zeiten. Ich kann mich noch gut daran entsinnen, wie dieses Windows 3.11 dann plötzlich doch ganz gut lief. Und warum haben wir diese Betriebssysteme hier in die Hand genommen? In der letzten Sendung, da haben wir 30 Minuten über virtuelle Maschinen gesprochen, die andere Betriebssysteme implementieren können. Und da gab es zwei Meinungen da drin. Eine kleine Gruppe hat uns geschrieben, das wäre alter Tobak, was wir da Ihnen erzählt hätten. Und die Großzahl der Zuhörer, die haben wahrscheinlich das gar nicht so richtig verstanden, was man mit diesen virtuellen Maschinen überhaupt so machen kann. Also zum einen kann man da ja Strom sparen damit, anstatt fünf oder sechs verschiedene Betriebssysteme gleichzeitig auf einem physikalischen Rechner laufen zu lassen, kann man die alle in einem Rechner laufen lassen. Die anderen kann man eigentlich wegschmeißen. Und das ist natürlich eine tolle Sache für Entwickler, die vorher wirklich diese physikalischen Maschinen stehen hatten. Und wenn sie ein Programm entwickeln, müssen sie ja mal rübergehen zum nächsten Betriebssystem, zum nächsten Betriebssystem. Und die kann man heute auf den Server legen und die Entwickler können sich eins nach dem anderen auf ihren Rechner holen. Aber bevor ich Ihnen das zeige, wie man damit umgehen kann, Sie sehen hier, das wackelt ein bisschen. Und mit den Betriebsmitteln, die wir hier vorgefunden haben, habe ich eine Erfindung gemacht, die sich gewaschen hat. Ich zeige Ihnen das mal. Da machen andere Leute große Worte über einen elektronischen Bildstabilisator. So macht man das. Achtung. So, das Ganze muss ein bisschen Spannung haben. Dafür ziehe ich hier so ein bisschen so fest. Und jetzt steht einwandfrei, Patent ist gelungen. Und jetzt geht es so langsam. Was machen wir, was nehmen wir? So, wir nehmen einfach mal hier Professional Windows 2000 Professional, legen das ein und versuchen das auf dem Rechner als virtuelle Maschine zu installieren. So, ich starte mal die VMware Workstation. Dann klickt das Button hier, New Virtual Machine und weiter, Typical, Microsoft Windows, Linux, Novell, Netware, SunSolars, Other. Da fehlt eigentlich Apple dabei. Das wäre sehr schön. Er schlägt Windows XP Professional vor. Aber man könnte auch 3.1, 95, 98, MEN, T, 2000 Professional oder bis hier hinten bis zum 2008er X64 Edition Experimental. Aha, das ist ja ganz toll. 2000 Professional soll bei uns installiert werden. Weiter. Und weiter. Er schlägt jetzt eine Disk Size von 8 GB vor. Das reicht uns eigentlich. Es soll ja keine Hauptarbeitsmaschine werden, sondern sie soll ja nur für Experimente herhalten. Und aha, Windows 2000 Setup. Und das ist etwas, was viele wahrscheinlich kennen. Das sieht ganz genau so aus, als wenn sie zu Hause das Original Windows geladen hätten. Setup, das dauert natürlich, das dauert natürlich, bis die spezifischen Daten und so weiter alles installiert worden ist. So, die Mittagspause ist vorbei. Sie haben das eben auch mitgekriegt. Und in der Zwischenzeit habe ich zwei neue Betriebssysteme auf diesem Computer installiert. Zum einen ist das das Windows 2000 Professional, was wir ja angedeutet haben hier am Anfang. Und das zweite Betriebssystem ist Ubuntu Linux 7.04. Wie das Ganze aussieht, das sind Sie jetzt wahrscheinlich mal gespannt. Wie geht das denn mit diesen virtuellen Maschinen? Und ich fahre einfach einmal hier hoch auf diese Seite und da kommt schon das Windows 2000 als völlig nackte Sache hier. Und ich will Ihnen da mal zeigen, naja, dass man da einen Startknopf bedienen kann, dass man sich Programme, das sind die mitgelieferten Programme, das Zubehör, vielleicht mal dieses dumme Paint, wenn man das zeigt. Und dann nehme ich mir einen, ja, guck mal, ja, es funktioniert ja. Ich wechsle die Farbe so und so und so und so und so. Das weiß man ja, wie das Ganze funktioniert. Zack, bumm. Und noch ein Pinsel dazu in Blau. Und dann sowas. Also, okay, alles das, was mit Windows 2000 mitkommt, kommt auch in der virtuellen Maschine mit. Und ich kann natürlich auch andere Programme jetzt wiederum hier drauf laden. Das mache ich jetzt mal weg und dann schauen wir mal an. Dann will ich Ihnen noch zeigen, wie fantastisch das eigentlich mittlerweile geworden ist mit diesen Maschinen. Ich hole jetzt aus Vista heraus ein Musikstück und lege es als Track und Drop einfach in die virtuelle Maschine rein. Dafür gehe ich hier mal in diesen Ordner rein. Der ist jetzt ein Vista-Ordner und suche mir ein kurzes Stück heraus, damit wir nicht so viel zu laden haben. Das ist das hier. Das mache ich kopieren und lege es jetzt einfach auf diese Oberfläche hier auf den Desktop drauf. Einfügen. Es dauert ein bisschen, wird rüber geladen. Und hier ist es. Und jetzt mal gucken, ob wir das auch was hören von. Da geht der Player auf. Ja, ich glaube, da muss man laut machen sogar. Das hat man davon, wenn man nicht kontrolliert, was aus dem Netz auf die Platte geladen wird. Da kommt auch so ein Hardrock mit bei rüber. Ich mache das mal aus. Also, alles das, was mit Windows 2000 mal funktioniert hat, funktioniert jetzt wieder mit dieser virtuellen Maschine. Aber das ist vielleicht interessant, wenn Sie mal Linux ausprobieren wollen und möchten sich aber Ihr System nicht versauen. Das war früher immer so eine Sache, dass da immer Rückstände blieben auf der Platte und dass man sich dann anschließend gewünscht hätte, man hätte das gar nicht gemacht. Jetzt ist das absolut kein Problem und man braucht auch kein Knoppix mehr. Denn die virtuelle Maschine, die kann man genauso bestücken mit dem Betriebssystem. Ich lade jetzt mal Ubuntu. Und da sehen Sie hier, so eine Homepage ist nichts drauf. Hier oben sind VMWare Toolbox. Brauchen wir gar nicht. Und hier unten sind jetzt Anwendungen. Na, wo ist die Maus? Anwendungen. Da gehen wir mal in Spiele vielleicht rein. Und da gibt es hier sogar Mayong. Das kennen Sie wahrscheinlich. Das ist also bei diesem Linux dabei. Hier ist es. So, und natürlich ist es interessant, dass sofort auch, und da ist ja Linux ganz groß drin, sofort auch das Netz mitgeliefert wird. Hier unten ist ein Firefox. Ich gehe mal da drauf. Er wird geladen. Und da kommt schon meine private Homepage. Und ich gehe auf CC2 mal drauf. Und Sie sehen, das ist alles eins zu eins, wie man das in dem Linux sieht. Und man hat jetzt die Möglichkeit, mehrere Betriebssysteme zu laden. Also das 98 kommt dazu, das 311. Mal gucken, wie war das denn eigentlich damals mit diesem 311? Wie hat das eigentlich reagiert? Und dann kann man noch Unix-Maschinen, alles Mögliche kann man noch machen. Nur was mir fehlt dabei ist eigentlich, dass ich kein Apple damit als virtuelle Maschine produzieren konnte. Denn dann hätte man wirklich alles beieinander, hätte alles in einer Maschine, brauchte nichts anderes mehr und könnte die ganze Welt ausprobieren. Kommt vielleicht noch. Kommt vielleicht noch mal auf. Vielen Dank.